Deutschland gegen England am zweiten Spieltag in der Nations League. Die DFB-Elf ist unter Hansi Flick weiterhin ungeschlagen. Allerdings konnte man es noch nicht schaffen, gegen ein Top-Team zu gewinnen. Gegen die Niederlande und Italien spielte man nur unentschieden. Und ob man es schafft, jetzt den ersten Sieg gegen ein Top-Team einzufahren, das werden wir jetzt erfahren. In dem Sinne steigen wir ein ins Spielgeschehen. Und ohne lang zu fackeln, setzten die Deutschen auch direkt an zum ersten Angriff. Doppelpass, Gnabrigo, Retzka und da ist fast das 1 zu 0 nach nur 5 Minuten. Aber Pickford mit der Klasse tat. Aber die Deutschen zwei Minuten später, Musiala, Havertz lässt durch, Adeyemi. Phillips rettet in letzter Sekunde. Jetzt aber vielleicht die Engländer mit dem Konter über Sterling. Der zu Bellingham, Bellingham zu Kane. Kane gegen Rüdiger. Sterling, Kane setzt sich da durch. Raum erobert den Ball zurück. Und Rüdiger macht da vielleicht einen entscheidenden Fehler. Harry Kane findet den Abschluss. Und der ist zu schwach. Den kann Neuer natürlich ohne Probleme abwehren. Der nächste Angriff der deutschen Mannschaft läuft über Adeyemi. Adeyemi setzt sich durch. Der Ball findet Musiala. Und da ist fast das 1 zu 0 für die Deutschen. Aber Pickford rettet. Und Gündogan jetzt vielleicht mal mit einer Ecke. Die wird schlecht verteidigt. Musiala zurück zu Gündogan. Goretzka. Goretzka. Schieß und Latte. Unfassbares Pech für die Deutschen. Goretzka der Nachschuss. Aber der war viel zu schwach. Den kann Pickford natürlich locker halten. Man muss sagen, die Deutschen sind hier ganz gut im Spiel. Im Abschluss hat man etwas Pech. Pickford ist natürlich auch überragend. Die Engländer jetzt aber wieder mit dem Gegenangriff. Sterling, der setzt sich da mit seinem Tempo durch. Jetzt kommt die Flanke. Die findet James. Und da ist das 1 zu 0 für die englische Nationalmannschaft. Und ich glaube, Manuel Neuer sieht da gar nicht mal so gut aus. Ich glaube, der war haltbar. Die Engländer wollen jetzt mehr. Sterling im nächsten Angriff. Bellingham. Wieder Sterling. Der setzt sich gegen Rüdiger durch. Und da ist das 2 zu 0 für England. Der Doppelschlag. Und da sieht Rüdiger diesmal nicht so gut aus. Grätsch daneben. Und Sterling heute überragend. Wie reagieren jetzt die Deutschen? Adeyemi setzt sich wieder auf links durch. Der findet Havertz. Und wieder einmal rettet Pickford die Engländer vor einem Gegentor. Die jetzt wieder angreifen. Bellingham. Sterling. Der ist heute richtig gefährlich. Findet Kane. Und da ist das 3 zu 0 für England. Und ja, wieder eine Torbeteiligung von Sterling. Schlotterbeck und Neuer behindern sich da. Das sieht defensiv echt nicht gut aus, was die Deutschen da machen. Aber vielleicht lassen sie sich nicht hängen und versuchen es noch einmal. Gnabry kann sich da durchsetzen. Gnabry zu Gündoğan. Gündoğan und Walker. Wär zunächst ab. Jetzt wieder Adeyemi und Gnabry mit dem Home Run. Eine Halbzeit bleibt den Deutschen noch. Das Ergebnis zu korrigieren muss Jalla. Havertz. Havertz setzt sich durch. Den muss er machen. Und er macht ihn nicht. Pickford ist wieder im Weg. Der war aber auch darüber hinaus sehr schlecht abgeschlossen. Die Engländer wieder im Angriff. Kane. Sterling. Setzte sich da durch. Vierte Torbeteiligung. Kommt sie jetzt. Sterling immer noch am Ball zu. Grealish. Und Neuer rettet in allerletzter Sekunde. Da haben die Deutschen nochmal Glück gehabt. Dass hier nicht gleich das Viertel steht. Jetzt nach kurz ausgeführter Ecke Marco Reus. Marco Reus. Der schließt einfach mal ab. Und wieder einmal der überragende Pickford Man of a Match gefühlt. Ja. Schaut sich das mal einer an. Der Schuss war richtig geil. Aber Pickford ist heute einfach überragend. Die nächste kurz ausgeführte Ecke. Vielleicht wird es ja diesmal was. Gnabry. Goretzka. Schlotterbeck. Und da ist der Anschlusstreffer. In der 72. Minute. Hoffen wir mal, dass er nicht zu spät kommt. Aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Auch gut aus der Drehung abgeschlossen. Muss man erstmal nachmachen. Die Deutschen versuchen es jetzt nochmal. Sané. Der zu Werner. Und aus dem Winkel ist es natürlich schwer. Das gibt nichts. Das eröffnet dann aber auch Räume für die Engländer. Die hier jetzt immer noch aufs vierte drücken. Sterling. Und Neuer rettet er in letzter Sekunde. Die Nachspielzeit bricht an. Vielleicht doch nochmal Ergebniskosmetik für die Deutschen. Werner. Sané. Sané. Und ja, das ist es dann wohl gewesen. Wenn da jetzt nichts mehr kommt. Und das war's. Abpfiff. Deutschland verliert mit 1 zu 3 gegen England in der Nations League. Aber zum Glück war das ja nur eine FIFA 22 Prognose. An der Stelle seid jetzt natürlich wie immer ihr gefragt. Was denkt ihr? Wie geht's aus? Deutschland gegen England. Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr neu hier sein und es noch nicht getan haben, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.